Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, heute werden wir uns Filecoin, also Phil, etwas genauer anschauen. Mal ein bisschen in die längerfristige oder auch kurzfristige Analyse reinschauen, nachdem es hier doch ein bisschen deutlicher zurückgegangen ist. Und ein sehr großer Wunsch von der Community war, dass wir uns diesen Coin mal etwas genauer anschauen. Deswegen gibt es heute Morgen dieses Update-Video für euch. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst den Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates. Und natürlich Signale, joint da gerne rein. Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Ja, schauen wir erstmal auf CoinMarketCap. Momentan traden wir bei ungefähr 5 US-Dollar. Wir haben hier einen deutlichen Rücksetzer gesehen in den letzten Tagen. Natürlich auch durch die ganze Bankenkrise, Sonstiges, ging es natürlich hier auch deutlich, deutlich nach unten. Wir haben hier eine MarketCap von 2 Milliarden US-Dollar. Ist nicht wenig, aber ich sehe trotzdem Riesenpotenzial in dem Projekt einerseits. Aber natürlich auch, um sein Kapital ein bisschen zu vermehren. Und im Endeffekt habt ihr mich jetzt die letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen. Ja, guckt ihr Filecoin mal ein bisschen genauer an. Guckt ihr das an, auch charttechnisch und so. Und wir haben es uns in der Vergangenheit schon öfters mal angeguckt. Immer mal wieder. Deswegen haben wir auch dieses riesige Falling Rage hier mal eingezeichnet von damals noch. Mittlerweile hat sich einiges getan. Und ich bin jetzt selber dabei und bin jetzt doch mal rein investiert. Wie sowas halt. Warum? Schauen wir uns auf jeden Fall jetzt an. Wie gesagt, wir traden momentan bei ungefähr 5 US-Dollar. Und wenn wir uns jetzt mal das große FIP-Level, also von unserem Abverkauf bei ungefähr 2,36 Dollar bis zu unserem Top bei knapp 9,50 Dollar ziehen. Also man sieht hier riesige Steigerung. Mehr als 3X hier mittlerweile gemacht. Kam jetzt eben die überfällige meines Erachtens nach Korrektur, nachdem der Abtrend gebrochen wurde. Und wir haben einen Retest dieser Region hier um die 4,65 Dollar gesehen. Man muss dazu sagen, wir haben kein Lower Low gebildet. Zumindest was Schlusskurssicht anbelangt. Also unter diesem WIG, das ist das einzige Positive. Wenn wir jetzt aber nur die Schlusskurse nehmen, haben wir ein Lower Low. Das heißt, man muss hier trotzdem ein bisschen mit Vorsicht agieren. Auch wenn wir jetzt hier direkt in unserem Golden Pocket gefangen sind, beziehungsweise hier gerade drin traden bei 5 Dollar, muss man hier wirklich Vorsicht walten lassen. Der Abtrend ist gebrochen. Lower Low auf Schlusskurssicht ist jetzt auch nicht wirklich bullisch. Und wir haben nach unten hin immer noch einen großen Bereich, den wir im Blick behalten sollten. Und vor allem hier dieser Bereich zwischen, was haben wir hier, 4,20 Dollar bis 3,86 Dollar. Das wäre jetzt einerseits, also wie gesagt, ich habe jetzt in dieser Region hier die erste Tranche mal hinterlegt, beziehungsweise jetzt mal gekauft, aufgrund Golden Pocket. Eben aufgrund diesen Retracements, was man einfach gebraucht hat nach dieser starken Rallye. Und normalerweise ist das Golden Pocket immer sehr, sehr gut dafür geeignet. Sollten wir hier ein höheres Tief sehen, um die Rallye nach oben hin fortzusetzen. Und deswegen bin ich jetzt erst einmal hier, zweite Tranche war es, wir sind glaube ich hier unten schon bei dem Breakout mal reingegangen, aber egal, größere Tranche jetzt auf jeden Fall erstmal hier hingelegt. Und die zweite befindet sich eben hier in dieser grünen Nachkaufbox nach jetzigem Stand zuerst einmal. Es wäre echt wünschenswert, wenn wir eigentlich hier runter nochmal kommen. Trotzdem sollten wir jetzt möglicherweise einen Boden gesehen haben. Und es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass eben der Boden möglicherweise drinnen ist. Möchte ich hier auf jeden Fall nicht den Zug verpassen. Ja, wie geht es jetzt auf jeden Fall kurzfristig weiter? Das ist glaube ich das, was hier doch nochmal deutlich mehr interessiert. Schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Wir haben jetzt hier natürlich einen krassen Abverkauf gesehen. Gut, ich habe es gesagt, Bitcoin, alles ist deutlich nach unten hingefallen. Bullish Divergence hier auf dem 4 Stunden Timeframe. Und jetzt eben im Golden Pocket, beziehungsweise in dieser grünen Kaufzone erst einmal im Bounce gesehen. Kurzfristig kann ich mir jetzt auf jeden Fall erst einmal eine kleine Erholung vorstellen. Zumindest hier oben, um einerseits die Ineffizienz bis ungefähr 5,30 Dollar mitzunehmen. Diese Ineffizienz, beziehungsweise diese 4 Stunden Supplyzone, also Widerstandszone, geht bis ungefähr 5,53 Dollar. Das heißt, diesen Bereich hier oben werden wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Sollten wir hier oben ein Retracement sehen, das heißt, hier oben langsam Probleme hingehen, wäre das sogar eine Möglichkeit, hier einen Short Trade zu eröffnen. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was das vom Risk bedeuten würde. Sollten wir hier oben reingehen, wären es ungefähr 5,4 Prozent. Das ist eine Menge, muss man auch dazu sagen. Deswegen checken wir das jetzt nochmal ganz kurz mit dem Golden Pocket überein. Das heißt, von unserem Verkaufsstart hier oben bei den 5,53 Dollar bis runter, sehen wir auch, okay, 5,21 Dollar wäre hier so das erste Short Szenario, weil hier die Einstunden, also diese Einstunden-Ineffizienz sich hier schon gebildet hat. Das heißt, behaltet den Blick 5,20 Dollar bis ungefähr 5,53 Dollar und dann gucken, wie ist die Reaktion hier. Sollten wir bereits hier oben bei den 5,20 Dollar die erste Gegenreaktion bekommen, dann auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein und gegebenenfalls hier schon mal ein Short reintun. Sollte das so sein, werde ich euch aber, wie gesagt, in der Chart- und Signalgruppe nochmal ein Update dalassen. Deswegen gerne unten in die Gruppe reinfolgen, damit ihr auch hier keine Signale oder sonstiges mehr verpasst. Ja, sollten wir jedoch hier dann problemlos rüberkommen und uns hier oben sogar noch stabilisieren. Und wir haben morgen, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, heute noch FED-Meeting abends. Könnte das natürlich, sollte die FED wieder die Druckerpatronen anlaufen, dann wirklich für einen neuen Start in die Rallye sorgen. Jetzt gehen wir doch nochmal ganz kurz in den Daily-Time-Film und schauen uns das ganze Chartbild mal genauer an. Wir haben hier oben jetzt nicht wirklich viel Volumen hinterlassen, trotzdem schöner, impulsiver Anstieg. Das heißt, sollte, und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen in die längerfristige Analyse rein, machen hier auch dieses große Golden Pocket mal weg und ziehen uns mal das etwas kleinere Golden Pocket. Heißt, von unserem Abverkaufsstart von ganz oben bis zum jetzigen Stand der Korrektur wird es hier ganz, ganz entscheidend sein, wie hier oben die Reaktion bei den 7,66 Dollar ist. Weil sollte hier oben wirklich eine Gegenreaktion folgen, dann würde ich mir sogar überlegen, ob wir die Tranche, die wir jetzt hier unterlegt haben, und das sind jetzt schon knapp 50 Prozent, oder werden sogar 50 Prozent, die wir hier Gewinn machen würden, ob wir hier oben wieder verkaufen, zumindest einen Teilverkauf, die Profite schon mal mitnehmen. Weil dann müssen wir uns ganz ehrlich darauf einstellen, dass hier wirklich nochmal die größere Gegenkorrektur bis ungefähr 3,86 Dollar folgt. Das heißt, charttechnisch ist Phil, beziehungsweise Filecoin, sehr, sehr interessant in den nächsten Wochen, aber auch Monaten und langfristig, meines Erachtens nach sowieso, sollten wir jemals wieder das Ultram High erreichen. Das lag hier bei ungefähr, was haben wir hier oben, 242 US-Dollar, könnt ihr euch selber ausrechnen. Nach jetzigem Stand bei den 5 Dollar, gehen wir mal aus, wären es 4.700 Prozent. Klar, das Projekt muss Anerkennung finden, es muss wirklich ein Use Case haben, aber ein Bullrun ist alles möglich und das ist mal wirklich eine Hausnummer. Deswegen, kleine Tranche schon mal hinterlegt, trotz der hohen Market Cap. Aber wie gesagt, das Risiko, dass wir jetzt aufgrund dieser ganzen Bankenkrise oder sonstiges, was da jetzt alles in Umlauf kommen könnte, dass wir nochmal tiefere Kurse sehen, ist gegeben. Trotzdem, wichtiges Key-Level hier wieder getestet. Man sieht es ja auch in der Vergangenheit, die 5 Dollar Marke, beziehungsweise 4,80 Dollar Marke war in der Vergangenheit. Einerseits hier über lange Monate, zwischen Juni und man sagt hier ungefähr bis November starker Support, dann kam der FTX Crash, dann war es hier das erste Mal Widerstand und hier hatten wir auch Probleme, wieder drüber zu kommen. Sollte die Zone halten, könnte das hier wirklich die Bestätigung für einen Bullrun sein. Aber das ist alles, wie gesagt, immer noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem hoffe ich, das Video hat euch so ein bisschen gefallen. Wie gesagt, kurzfristig 5,20 Dollar, 5,50 Dollar, mal ganz, ganz genau im Blick behalten. Darauf werde ich euch auf jeden Fall ein paar Updates da lassen in der Signalgruppe. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Wenn ihr Altcoin-Wünsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein, welche Altcoins wir uns als nächstes anschauen wollen. Ich verabschiede mich damit, Like da lassen, Abo da lassen und auch gerne den Zweitkanal abonnieren. Das war es von mir, bis morgen oder bis später zum Bitcoin-Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay good.